Willkommen zu meinen Träumen. Bei mir für die letzten paar Folgen alles mit super Ton und super Video und jetzt hoffentlich wieder alles zusammen. Yeah, together forever. Mindestens. So, was meine Idee war, das wollte ich ja noch sagen. Wir müssen ja gar nicht mal quasi die Hauptstraße von da hinten anbinden, sondern wir können ja jetzt auch von... Hintertürchen. Ja genau, wir können ja auch hier hinten quasi die Auffahrt machen, so dass man von der Himmelsplattform nee, gar nicht von dem wie nennen wir das da? Das ist deine Basis. Von meiner Basis aus, da irgendwie die Straße hier runterführen und dann hier unten so die Auffahrt haben. Ja, ich hatte auch so eine romantisierte Vorstellung, wo du in Sepetinen hochfährst und so. Kannst du ja auch machen. Yeah, an die Arbeit. Huch im Gang gelandet. Ich werde da unten jetzt auf jeden Fall mal den Keller schon mal zumauern mit dem richtigen Block mit Hülle. Und ich hoffe, dass diesmal hier das Ganze ohne Leck stattfindet. Genau, jetzt unter idealisierten Bedingungen. So ideal, dass bei mir 30 Frames sind. Yippie. Yippie. Was natürlich sowieso keinen Unterschied macht, weil wir laden doch bei YouTube auch nur in 30 Euro, oder? 29,97. Ja. Ähm, Frage, wie komme ich hier wieder rauf? Äh, da hinten. Die, da hinten die, äh, Steintreppe da quasi. Ich benutze also Mutter Natur. Ja. Siehst du denn jetzt auch, äh, zeitgleich, wie ich die Blöcke hier platziere, oder? Ich muss hier, ich platziere mich hier mal. Bau was. Ja, du hast fast abgeschlossen. Ja, jetzt. Ja, das ist doch. Das ist doch fabulös. Ja, schnabulutastisch. Schnabulieren habe ich zum ersten Mal gehört im Hörspiel von Der kleine Wassermann. Was ist denn Der kleine Wassermann? Eine Geschichte von Ottfried Preußler, wenn ich mich nicht irre. Nicht Ottfried Fischer? Was? Nein. Kennst du Ottfried Preußler? Nein. Von dem ist auch, ähm, das kleine Gespenst. Ähm, wie heißt es noch? Die kleine Hexe. Ist von ihm nicht auch Räuber Hotzenplotz? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Schreibt doch mal in die Kommentare. Ich google doch mal. Macht das für uns. Genau. Genau. So, was wollte ich nochmal bauen? Der Turm? Ja, genau. Ich habe übrigens den letzten Teil damit verbracht, einfach um meine Bauten herum zu rotieren. Mehr habe ich nicht gemacht. Hm. Herr Tripp, ist die in Ordnung? Annehmbar? So. Ah ja, den Kerker habe ich gebaut, genau. Kerker? Ja, ich habe, ähm, einfach eine Falltür gebaut in meinen Turm. Und wenn man die öffnet, dann fällt man in ein Lavabecken. Beziehungsweise einen Zentimeter davor. Das ist ja mehr, äh, mehr Folterkeller als jetzt Kerker. Weil ein Kerker ist ja auch da zur Folter quasi. Das kommt ganz auf den Hausherren an. Ja. Ja, das funktioniert. Äh, dann machen wir hier weiter. So, Kerker Nummer 1, fertig. Noch kurz. Jetzt brauchen wir ein neues Gesprächsthema. Was fällt dir gerade ein? Fußball. Der FC hat leider verloren dieses Wochenende. Aber immer noch Platz 1. Gegen wen denn? Bochum. Bochum? Ahem. Entschuldigung. Was war das denn? Bochum, ähm. Das ist der Grönemeyer, der immer wieder durchkommt. Ah, was? Ah, das ist immer wieder der. Ja, weil der Mensch ist ja letztlich auch Mensch. Und der möchte ein Stück vom Himmel haben. Oder auch einen Platz vor Gott oder einem Stuhl im Orbit. Oder, äh, einfach nur Schiffsverkehr. Warum sind da Riesenlöcher in meiner Mauer? Was machst du? Das war keine Absicht. Das will ich hoffen. Was ist das? Ich brauche es gerade wieder neu. Was? Ich habe gerade, äh, wenn du dir das bei mir dann angucken würdest. Ups. Wenn du die Aufnahme hinkriegst, sie ist mir ja. Ja, sie läuft. Ich sehe eine rote Zahl. Na, das war ja beim letzten Mal schon so. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich ja mehr Speichelplatz. Ähm. Was war das nochmal? Äh, wo war ich hängen geblieben? Du sollst mir sagen, was das ist, wenn ich bei dir gucke. Ach so, ja genau. Ähm, ich wollte gerade entfernen. War aber nicht im Remove Mode, sondern hab dann quasi nur das gelbe Quader gesehen. Hab auf, äh, äh, die rechte Maustaste geklickt und flups, war deine Wand weg. Und nicht das, was ich wegmachen wollte. Jetzt hab ich vergessen, dass das in StarMade ja so rumfunktioniert. Ja. Dass man zuerst Remove Mode aktivieren sollte, wenn man das auch akkurat hier machen will. Hallo? Ach, es, äh, reagierte gerade nicht auf meinen Wunsch, da einen Klotz zu klotzen. Sprach ich es kurz an. Na, 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 na. Wieso bist du eigentlich so auf das Thema Fußball gekommen? Dich interessiert doch Fußball überhaupt nicht. Nicht im Ansatz. Ich find's sogar ausgesprochen dämlich. Aber, äh, andere Leute reden ja gerne drüber. Und dann hör sonst was tun. Also, sprich. Humbug. Hm, hm. Ich bin ja dabei, die Einfahrt zu planieren. Wir müssen ja unsere Zuschauer irgendwie unterhalten. Ach, die sind unterhalten genug. Schreibt doch mal in den Kommentar. Wollt ihr unterhalten werden? Ich glaube schon. Heißt, gibt's noch was für lustige Themen? Wir müssen ja irgendwas... Drogen. Massen-Tier-Haltung. Massen-Drogen-Haltung. Wenn's drauf ankommt, gerne. Stattgegeben. Bei mir kam an... Gegeben. Gegeben. Stattgegeben. State gegeben. Kuchen? Abgelöst. Stattgegeben. So, wer das, äh... Erkannter, der ist der Genie. Und, äh... Darf dafür einmal auf den Subscribe-Button klicken. Oh, das ist... Das ist wie eine Ehre. Für jedermann. Ja. Und jeder Frau. Auch. Gerne gesehen. Äh, Frauen. Ja, genau. Die Männer am Stammtisch. Ops. Frauen. Äh, 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 äh. Was hatten wir eben noch mal, äh, hier, äh, Black Sabbath? Black Sabbath. Männ. 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 Das ist einfach viel zu unsynchron Ja, bei mir hat es ein bisschen gepasst Ja, dadurch hat es bei mir Aber eben auch noch ein bisschen maximal gepasst Ein bisschen maximal Da geht es aber schon los Die Einfahrt Schrägstrich Auffahrt wollte ich übrigens mit Sand auslegen Ist da ein Spruch? Äh, stattgegeben Ops Objection Spider-Man Spider-Man I don't know Where I am Go Web Go Web Hi, I'm OliverH24 And today we're gonna draw Spider-Man Draw really good And to make this a professional piece of art We add our name and age And Taking it from realistic Spider-Man Into comic book Spider-Man We add a speech bubble With his favorite saying Which is Go Web Fantastic 10 out of 10 would draw again 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 10 out of 10 would draw again